Hey ho! Gleiches Make-up, gleiches Outfit wie im letzten Video. Schrank ist wieder zu, falls ihr mein letztes Video gesehen habt, die Katze ist wieder aus dem Schrank. Ich bin bewaffnet diesmal mit was zu trinken. Wasser mit Pink Grapefruit Saft. Holt euch auch was zu trinken. Jetzt geht es um meine Herbstpaletten, die ich mir zusammengestellt habe. Die habe ich alle, fast alle, in dieser Kiste, in der Storage-Box, bis auf eine, und die zeige ich euch jetzt. Wir swatchen ein bisschen, ich bin bewaffnet. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe mit zwei Paletten auch mein Augen-Make-up geschminkt, zeige ich euch gleich und sage euch, welche Paletten das sind. Nehmt euch zurück und genießt die Show. Wir starten mit der Palette, die nicht reinpasst. Und das ist die. Achso, wie viele Paletten sind es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, plus zwei Kombinationspaletten. Erkläre ich dann. Das ist die erste. Die Be Perfect Cosmetics und Stacey Marie Carnival Fear the Antidote. Habt ihr auch in meinem Paletten-Tag gesehen. Das ist nämlich meine größte Palette. Und ich würde sagen, das sind doch mal Herbstfarben, nicht wahr, nicht? Ja, ich swatch jetzt einfach mal ein paar. Schauen wir mal. Ich weiß auch nicht mehr, was ich in meinem Paletten-Video geswatcht habe. Wir nehmen mal Oktober. Passend. Ich glaube tatsächlich, so blöd das klingt, vergisst, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, ich lade das hier als erstes hoch, weil wir heute den ersten zehnten haben. Herbst hat ja offiziell schon angefangen, aber ich glaube, ich switch das. Also das nächste ist dann mein Aufgebraucht, was kommt. Die Katze war beim Aufgebrauchten im Schrank. Ach ja, dann nehmen wir Fall. Das nehme ich auch. Dann nehmen wir Granite und nehmen wir noch ein Grunge. Mal so ein paar. Okay. Nur der möchte nicht so. Oh Gott. Da haben wir eine Auswahl an Farben. Moment. Please, roll klein. Zu den Paletten. Die müssen, also, warum habe ich denn hier? Manche von denen haben auch ein Herbstthema. Jetzt, keine Ahnung, verpackungstechnisch oder wie auch immer. Ich glaube, einer hat verpackungstechnisch. Nee, zwei. Und die anderen, also es müssen auch jetzt nicht unbedingt Herbsttöne sein, sondern einfach nur das, worauf ich Bock habe im Herbst. Ja, und auf die habe ich echt Bock, weil da kann man ja von bis alles machen. Man kann natürliche Looks schminken, man kann grünliche Looks schminken, man kann gelbe Looks schminken, rote Looks, pinke Looks. Und everything in between. Das ist die erste. Da habe ich auch noch hier diesen Zettel. Warum, weiß ich nicht. Die Carnival Antidote. Das Mutterschiff. Meiner Paletten. Ich habe es im letzten Video schon erwähnt. Sorry für das. Ich habe eine leichte Erkältung. Gott sei Dank sind hier über die Halsschmerzen schon hinweg. Das war nicht mehr schön. Ich starte von vorne. Das waren die zwei Companion-Zubehör, Zusatzpaletten. Denn ich habe rausgeholt, die Visiard Dark, oh Gott, das Ringlicht, ja. Visiard Dark Metz Palette. Die ist halt dunkel. Griechisch dunkel. Und das ist, sag Metz, dunkle, matte Töne. Aber wie ich finde, also ich meine, wir haben Orange, wir haben so einen Pflaume-Aubergineton. Wir haben Grün. Wir haben aber auch ein dunkles Braun. Und die hatte ich gestern drauf. Und ich dachte, weil alles matt, da muss was Schimmendes dabei. Und da habe ich dann zwei dazu geholt. Einmal meine neueste Palette. Die Pat McGrath Eye Ecstasy Subversive Palette. Mit diesen Tönen. Gibt es jetzt auch einfach mal ein paar. Ich sort schon mal den, den ich auf dem Auge habe. Ich komme ein bisschen näher ran. Ich hoffe, das kann man jetzt gut erkennen. Den habe ich hier. Und in der Mitte habe ich ein bisschen von dem Gold noch drauf. Und dann haben wir hier halt noch so ein geiles Rot. Und so ein Lila. Also die habe ich, glaube ich, komplett das Watcht in meinem Paletten Video. Aber hey. Genau. Die dachte ich, das ist doch jans gut. Nicht wahr nicht. Da hat man so busy. Schimmer. Und wie gesagt, den habe ich aktuell auf meinem inneren Lid. Also mein Augenlook ist nicht so ganz geworden, wie ich es gedacht hätte. Ich zeige euch gleich, warum. Den habe ich auf dem inneren Lid. Und den habe ich dann so in der Mitte. Das ist das Helle, was ihr seht. Genau. Die habe ich als Companion Palette mir dazu gedacht. Okay. Blau möchte nicht. Das Blau möchte bitte aus dem Bällebad abgeholt werden. Hallo. Das sind die Kosmetiktücher. Lochfraß. Ich mache das gerade mal runter, weil jetzt meine zweite Companion Palette das war, also die, die jetzt kommt, das war die Palette, wo ich recherchieren musste bei meinem Paletten Tag in Sachen teuerste Palette. Das war, also entweder, ich wusste entweder die oder die, die ich euch gezeigt habe. Wird von der Marke auch wahrscheinlich meine einzige bleiben, aber hey. Und zwar meine Danessa Myricks. Beauty, das ist die Lightwork Volume 3 The Experience Palette. Da gibt es ja noch die großen und die habe ich, glaube ich, auf Purish mit einem Code mir bestellt, weil ich das gerne mal testen wollte. Und die hatte ich, wie gesagt, gestern mit der Dark Mads. Und ich gucke mal, wie ich das jetzt hinkriege, weil das sind alles Duo oder Multichromes. Die swatche ich mal komplett durch. Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Wir haben einmal Polaris. Der ist cremig. Das ist ein... Den Schiff sieht man, glaube ich. ganz gut. Dann haben wir Galaxy. Den hatte ich gestern drauf. Alter, da lila, grün. Und den hatte ich im Inner Corner. Martian. Dann haben wir Soul. Ich weiß gar nicht, sind die alle shifty oder ist der einfach nur... Ist ja auch egal. Ich kenne mich mit Vanessa Myricks auch nicht so aus. Da guckt ihr am besten mal bei der Jenny vom Kanal. Jennys Highlights vorbei. Das sind so die ersten. Ich glaube, da kann man das... So kann man das ganz gut erkennen. Vor allem hier. Lila, grün. Ja, ja. Das ist schon... Ich wollte das einfach mal testen. Dann... Okay. Okay. Hallo. Vielleicht hätte ich die zum Schluss watchen sollen. Mistakes were made. Mistakes were made. Jo. Gut. Dann haben wir Strawberry Moon. Aurora. Jaya. Oh, der ist auch geil. Und... Solarium. Solar Rain. Alter Solarium. Guck doch mal. Ah, Sam. Der ist Sam. Der Strawberry Moon, der ist flaky. Oh. Oh. Ich versuche... Ich wackele einfach mal ein bisschen und seht ihr hier. Also... Ich mache es ein bisschen langsamer. Da ist gedacht. Das ist schon... Das ist schon nice. Das ist schon oberkrass. Ja. Da habe ich gedacht, die kannst du doch mal super auch als Zusatzpalette dazunehmen. So. Jetzt schauen wir mal, ob ich das hier irgendwie... Ich muss da nochmal... Das glitzerte alles. Wie war das? Ich habe das überhaupt gar nicht so mitgekriegt. Mikroplastik wird jetzt verboten und jetzt... Keine Ahnung... Rasten einige aus, weil Glitzer weg oder wie auch immer. Ich bin da nicht drin. Ich habe keinen Plan. Hier. Einmal benutzt. Ich verstehe das nicht. Was sind diese Kosmetiktücher? Habe ich... Ah, nee. Das werdet ihr dann auch sehen. Ich wollte es ja umdrehen. Ja, auf jeden Fall die und die als Zusatzpaletten zu beispielsweise dieser Dark Mads oder anderen Paletten. die jetzt noch folgen. So. Ich kriege es nicht zu. Bleibs halt auf. Was ich heute drauf habe zusammen mit der... ist diese. Die habe ich mal auf eBay Kleinanzeigen geschossen. Von Colourpop und Raw Beauty Christy at Forestside. und natürlich hat hier auch mein Verpackungsopferherz extrem hochgeschlagen. Aber auch bei den Farben. So. Und ich weiß nicht, was ich heute Morgen gedacht habe. Hier dieser Ton. Den habe ich versucht im äußeren Mein Problem ist, wenn ich jetzt das Auge zumache, kann ich überhaupt nicht mehr sagen, ob ihr überhaupt was seht, weil ich sehe nicht. Nehme ich nichts mehr, weil ich hier den grauen Starr habe. Ich mache mal hier zu. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier alles. Ich habe keine Ahnung. Den habe ich am äußeren. Also ich habe mit dem hier angefangen. Old Growth in der Crease. Dann habe ich die abgedunkelt mit Homegrown und wollte den dann außen hinbringen, weil der sieht für mich aus wie ein sehr, sehr dunkles Weinrot. Und dann dachte ich, diesen Weinroten Schimmer, Moment. Ja, es sollte dunkel werden. Diesen Weinroten Schimmer dann aufs Auge. Ich versuche den mal. Nicht so dunkel, wie ich gedacht habe. Und sehr, also, vor allem auf dem Auge ging das voll ins Pink und war dann am Ende heller als mein Schimmer. Mist. Und deswegen habe ich dann das Gold noch ein bisschen hier in die Mitte gemacht, damit das mit dem Mitte es nicht so sieht. Genau. In dieser Palette sind aber nur zwei Schimmer und jeder, das ist so matt mit Glitzerflitzer drin. Und da habe ich halt auch gedacht, auch hier kann man dann perfekt die anderen beiden dazu benutzen. Wir swatchen mal PNW, was auch immer das heißen soll noch. Dann machen wir mal Evergreen. Das ist der eine Schimmer, der West Coast, der ist halt Gold. Ich swatch einfach schon mal. Den hatte ich doch. Das ist der gleiche. Den gleichen Finger nochmal übergenommen. Oh. Because I'm a hero. Okay, das war jetzt ein bisschen. Das ist auch eher so ein Topper oder so. Der Schimmer. Also wie gesagt, den ignorieren wir jetzt. Da war ich halt einfach immer wieder Profi am Werk. Das ist das Tuch. Dann haben wir nochmal Chanterelle. Das ist dieses Orange. Emerald City und Fiddlehead. Das ist das Grüne. Sorry, jetzt muss ich mal kurz ich hätte ja noch Platz. Wenn ich da nicht einen dazwischengesetzt hätte, hätte ich ja. So. Da. Genau. die möchte ich ein bisschen benutzen. Wie gesagt, also der eine ist ein Topper, der andere ist ein goldener Schimmer und ansonsten sind das auch matt beziehungsweise dieses Leaded Rain. Das ist halt dunkel mit Glitzerflitzer. Ich brauche so. Sag mal hier. Ich bin echt froh, wenn diese Kosmetik-Tücher mehr sind. Ganz ehrlich. Das ist doch nicht normal. Ja. Diese Jele Wäldchen möchte ich diesen Herbst benutzen. Noch eine Colourpop-Palette und auch die habe ich ebay Kleinanzeigen oder Vinted mir gekauft. Die Good Sport. Die hat diese Farben und auch da fand ich Jo. Jo. Wir swaschen. ebibi Trophies. Vielleicht den Stadion-Rohton nehmen sollen. Der wäre dunkler gewesen. Das ist Reckless und wir swaschen noch Rookie. Alter. Das ist schon Ich glaube, bei Reckless bin ich ein bisschen zu Reckless. Ha ha. Reingegangen. Ich glaube, der wäre besser gewesen. Ha. Egal. Ja. Aber auch die finde ich mega. Ihr habt ja Zeit. Ihr habt ja Zeit. Wir haben Sondag. Bisschen Zeit muss sein. Yep. Spiky geht riot. Jetzt habe ich hier irgendwie den Tisch eingesaut. Naja. Colourpop Good Spot. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Trinke ich vorher noch einen Schluck. Die Beauty Bay Wilderness Palette. Mit diesen Farben. Da haben wir auch ein bisschen blau, aber ansonsten auch hier. Ja, ja, mit dem Blautöne habe ich tatsächlich, also die sieht kaum benutzt aus. Ich habe die schon benutzt. Ich schwöre. Wir machen Breeze, Moss, Ivy und Raw. Sehr geil. Okay, vielleicht mache ich von der mal ein paar mehr. Weil irgendwie ich schlag gerade Lust drauf. Richtig. Und also Beauty Bay Paletten, was kosten die? Nicht viel. Die Midnight finde ich ja auch cool. Das ist ja lila, blau und sowas. Das ist ja auch delicious. Ich hätte gerne mir nämlich noch Lime, Ray und Ocean. Ja. Lime. Ray ist so eine Art Topper. Also, nicht wirklich, aber guck doch mal Lime da unten. Geil. Geil, 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 geil. Ja, jetzt ist hier. Ja. Jetzt kommen noch fünf. Wir haben ja erst fünf. Fünf. Ja, plus zwei halt noch. Ach, erst mal Dusche gehen. Ach, den Glitzer kriege ich jetzt hier nicht ab. Genau. Die. Die nächste ist von Catrice, die Maxim Giacomo. Das ist die zweite, die er rausgebracht hat mit Catrice. Die andere ist für mich eher eine Sommerpalette, denn die hat die Farben. Ach, schön. Richtig schön. Ähm, und immer diese Grün-Töne. Ich versuche jetzt mal was zu swatchen, was nicht grün ist. Wir nehmen mal. Gold draufgeschrieben, wenn es hier mit dem Licht ist. Ich kann es nicht lesen. Five a.m. Dann nehmen wir Danny. Dann nehmen wir Spillet. Und wir nehmen Fairytale. Das ist jetzt Five a.m. Das ist Danny. Das ist Spillet. Und das ist Fairytale. Genau. Aber da sind, wie gesagt, auch grün-Töne dabei. Dann haben wir was, was ins Röglichere geht. Sehr, sehr schöne Herbstpalette, wie ich finde. Wenn ihr die habt, und so raus. Jetzt kommt noch eine, die ist, ähm, thematisch auch. Die Too Faced Pumpkin Spice. Von den Holiday Paletten, die sie rausgebracht haben, tatsächlich meine Lieblings Holiday Palette. Weil die einfach eine Variation mal an Farbe drin hat. Und nicht immer so 50.000 Mal gefühlt dasselbe. Dann nehmen wir Spice of Life. Pumpkin Spice. One a Piece of Me. Und Sweetie Pie. Da haben wir halt auch so lila Töne drin. Generell bei den Swatches, gell? Sagt das nichts darüber aus, wie die auf dem Auge performen. Falls ihr das noch nicht. Das eine beim anderen nichts zu tun. Ja. Und auch hier, wir haben ja auch was Wärmeres drin. Wir haben, ähm, Shales drin, die so ein, müh, in die Richtung grün gehen, wie zum Beispiel, ne, da ist so ein bisschen grün mit drin. Dann haben wir hier so, so was. Wir haben aber auch Ginger Spice. So schnell gemacht. Naja, Naja. Also, ich finde, das ist eine richtig schöne Palette, mit der man viel machen kann. Genau. Danach erstmal frisch die Finger waschen und dickfett eincremen hier. Versuchen wir uns endlich, das Glitzer noch abzukriegen, weil irgendwie klebt es jetzt da. Genau. Und jetzt haben wir noch drei aus der Drogerie. Ich weiß gar nicht, also eine kriegt man auf jeden Fall, also wenn dann Winted oder sowas. Bei der weiß ich's gar nicht, ob man die überhaupt noch irgendwie kriegt und bei der auch nicht. Die man, weil es eine LE war, wenn man noch über Winted kriegt. Die Essence Wanted Sunset Dreamers Eyeshadow Palette. Erinnert euch an die? Das Dupe zur Naked Teeth. Ich hab die Naked Teeth nicht, weil ich hab die. Und ich mag die total gerne. Ich hab keinen Plan, ob die überhaupt Namen haben. Die Shades. Also hier drauf steht nix. Nö. mal ein paar geswatcht. Mag ich total gerne. Die Palette. und deswegen wollte ich die jetzt mal wieder raus holen. Wie gesagt, also ich hätte die negative schon gerne. Ich find das Packaging doch einfach cool mit den Streichfälzern. Aber von den Farben her, ich hab die, also alles tutti. dann bleiben wir bei Essence aus den City Paletten. Ich hab alle alten, also diese, wo noch nix abgerundet war, mit den runden Fähnchen. Die hab ich alle. Und das ist die Bonjour Montreal. die hab ich letztens in einem Video bei einem ganz alten Video bei einer amerikanischen YouTuberin gesehen und dachte ich, ach, ja natürlich. Von den neuen tatsächlich hab ich gar keine. Von den neuen City Paletten. Da hab ich Lust drauf. So, ein letztes. Ein letztes. Vielleicht hätt ich mit denen anfangen sollen. Die gehen viel besser ab. Alles ziehen. Und die letzte. Und auch da hab ich die neuen, die da rausgekommen sind. Die sind von der Verpackung her noch gleich. Aber die haben eine kleine, also kleine Unterschiede. Es geht um die. die Pro Slim. Die sehen jetzt hier ein bisschen anders aus. Und auch hier. Hier habt ihr, ne? Die sehen jetzt anders. Ich hab eine von den neueren. Die hab ich euch auch irgendwo gezeigt, meine ich. Hast die euch gezeigt? Ich weiß es nicht. Ich war nämlich mal in der Box drin. Pink Box? Keine Ahnung. Nee. Mein Little Box. Meine, meiner, in, meine, meine, meiner, meiner, in, meiner, letzten, meine Little Box, die ich hatte. Das war die mit dem, mit der Bauchtasche. Egal. Auch hier hab ich alle von. Das sind so, das sind so Sammlungen. Das ist nämlich jetzt die Pro Slim Eyeshadow Palette Vintage Soul. Mit diesen Farben. Und da hat ich einfach Bock drauf. Ich suche mir schon wieder die Nase. Ich hoffe, ich muss gleich nicht nirgeln. Wie es Wortspielen. Blossom, das ist so ein Pickle Shade. Amethyst, Moondust, Moondust und die Paletten, die ich mir dieses Mal für den Herbst rausgesucht hab, die ich über den Herbst hinweg benutzen möchte. Ich hab auch überlegt, in meinem Paletten Video hab ich euch die Lorac Pro 4 gezeigt. Die hat auch gut gepasst von den Farben. Aber ich wollte mich auf 10 beschränken. Und es heißt ja jetzt nicht, dass ich nur noch diese 10 Paletten für die nächsten 15 Wochen verwende. Sondern wenn ich dann irgendwie den einen Tag mal Bock auf eine andere Palette hab, dann sortiere ich mir gerade wieder rein. Dann hole ich mir die natürlich auch raus. Also so ist es jetzt nicht. Aber die stehen jetzt hier und die möchte ich doch schon ganz gerne verwenden. So, jetzt möchte ich mal gucken, dass ich die jetzt hier rein zu krieg. Jetzt passt du und passt doch bestimmt hier hinten. So, das mal ein bisschen offgeräumt, bis auf die Be Perfect. Die passt halt nicht. Genau. Das nächste Mal, wenn ich das machen, also das nächste Mal ich habe auch übrigens meine Nägel in Pumpkinfarben. Warte, die habe ich auch hier. Aus der Essence Pumpkin Pretty Please L.E. sind das die beiden Nagellacke. Genau. Die habe ich drauf. Das ist Schluss drauf. Das nächste Mal, wenn ich so was mache, also da werde ich aber nicht die komplett mit, also die sind jetzt wirklich bis Winter eine Sonderlosung, nein, Sonderziehung, nein, ist ja auch egal. Zu Halloween mache ich sowas auch nochmal, mit Halloween Paletten. Einfach nur, also da geht es jetzt nicht darum, dass ich die anderen Halloween benutze, weil, hä? aber die werde ich vielleicht hier noch, also die sprinkeln da so ein bisschen mit rein oder die sind einfach Halloween themed. Dann Winter wird es sowas geben mit Winterpaletten, Weihnachten kommen dann nochmal speziell Weihnachtspaletten. Ich habe da Lust drauf. Macht mir Spaß. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Palette, wo ihr dann sagt, oh, die hole ich auch mal wieder raus oder ja, vielleicht habt ihr auch Paletten, die ich jetzt nicht genannt habe, wo ihr sagt, die wäre auch noch richtig geil gewesen. Das könnt ihr mir gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht habe ich die Palette ja auch. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, mir macht das richtig viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, was das aufgebraucht sein wird, weil ich ja das jetzt hier erst hochladen möchte. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen, Woche, Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Denkt immer schön dran, lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.